Ich grüße meinen Sohn Mika, der ist fünf und hat gerade Plätzchen gebacken. Und ich grüße meinen Sohn Manuel, der ist neun und liegt schon im Bett. Hallo, ich grüße alle meine Freunde, die jetzt leider nicht mit hier auf Weihnachtsmarkt sind, besonders Gesine und Anja. Ich hoffe, wir schaffen es dieses Jahr nochmal. Wir zwei Kaltener Jungs, wir begrüßen den Extra-Tipp ganz herzlich und trinken einen Glühwein, vielleicht auch zwei. Mein Freund Riedermeister aus Ersten und ich Karl-Heinrich Neuzer aus Mainpressen. Wir begrüßen ganz herzlich die Würfeltruppe. Und eben alle, die uns so kennen aus Ersten und Mainpressen. Ich grüße alle, die in Kassel sind, die gerade mal auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein schlurfen. Das wollte ich gerade sagen. Wir grüßen alle, die uns kennen. Das ist immer sehr wichtig. Und Tante Martha. Ich grüße ganz herzlich meinen Sohn, der sich eine Operation unterzogen hat. Und ich hoffe, dass er bis Anfang der Woche wieder zu Hause ist. Liebe Grüße an Michi. Glühwein TV. Glühwein TV. Ich grüße, ähm, Stefan. Das ist Stefan. Stefan. Ich grüße alle TV-Leute. Ja, ich grüße herzlich meine Söhne mit Familie und Anhang. Gut. Ich grüße den ganzen Aster der Uni Kassel. Also ich grüße meine Schuhe-Eltern Jutta und Walter und die kleine Lea. Da hingucken. Achso. Walter, du musst das sagen. Wir grüßen alle zusammen den Birkenhof in Hermann-Roder. Uns geht's gut. Oh je. Ob wir morgen zur Arbeit kommen, das wissen wir noch nicht. Übermorgen auch nicht. Dann grüße ich meine Familie, meinen Freund, ja, und alle, die ich so kenne. Meine liebe Frau möchte ich grüßen. Ganz herzlich vom Weihnachtsmarkt. Gefällt mir sehr gut. Wunderbar, in Kassel könnte ich jeden Tag machen. Wir grüßen unsere Teamkollegen auf jeden Fall, die nicht dabei sind. Ja, den alle grüßen wir. Und den ganzen Spaß verpassen heute. Auf euch. Ja. Hallo, ich grüße meine Mama und meinen Papa am besten, oder? Ähm, ja, frohe Weihnachten und ich bin schon wieder auf dem Glühmarkt. Tut mir leid. Ja, wir versenden natürlich Grüße vom Kasseler Weihnachtsmarkt an unsere Kollegen. So ist es nämlich, das nette Klinikum Kassel und die Westendklinik aus Bad Wildungen. Sie leben auch. Also ich grüße mal meine Frau, die sitzt ganz unten im Süden von Hessen. Vielleicht sieht sie es ja doch. Schöne Grüße an alle, die leider heute nicht hier sind. Wir grüßen alle unsere Freunde und wünschen ihnen ein schönes Weihnachtsfest. Genau, wie letztes Jahr. Schöne Grüße an alle meine Lieben und spezielle Kollegen Technoform. Ciao. Die Schiller, die zu Hause geblieben ist. Und den Andreas, der hoffentlich hier noch auftaucht. Prost! So, mein Name ist Orhan Jelikaja. Ich komme aus Stadt Allendorf. Und ich schreibe momentan ein Buch. Und ich würde gerne Buchverleger, egal was, Hilfe bitten, dass sie mir dann helfen und unterstützen. Und dann möchte ich noch jemanden ganz lieb grüßen. Ihr Name ist Vanessa Debus. Sie wohnt in Groß-Helheim. Und ich sage ihr vom ganzen Herzen, hier aus Kassel, live, dass ich sie vom ganzen Herzen liebe. Und gib mir eine zweite Chance. Dann wird das wieder, Vanessa. Nur für dich. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020